Ja, Leute! Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Batman und ihr glaubt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, zwei Monate oder sowas. Oh, wir sind in Arkham Asylum. Wie komme ich zu Crane? Ah ja, da war ja was mit dem. Er hält eine Ärztin gefangen, Dr. Emma Thomas. Sie kann ihnen sicher helfen. Ja, erst mal gucken, wie das hier geht. Okay, schlagen. Dann oben. Ah, da kann ich werfen. Ich muss mich jetzt gerade wirklich wieder komplett neu an die Steuerung gewöhnen. Und wie kann ich das umstellen? Ah ja, okay. Und nach oben. Ah ja. Okay, gut. Ähm, ja. Entschuldigung, aber muss ich mich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ach, Sprinten war so doof, ne? Oh Gott. Da geht es schon mal gut los hier. So. Hier kann ich mich drin verstecken, meine ich. Wie habe ich denn das gemacht immer? Äh, yes. Ich dachte, nach oben drücken. Ah, ich muss das Licht ausmachen. Eigentlich logisch, ne? Und kommt jemand? Ne. Ich finde die Gegend hier nicht sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, komm hoch. So, da laufen wir lieber oben rum. Oh Gott. Ich glaube, ich werde dir einige Male verrecken. Ihr Lieben. Kann ich da... Nett, irgendwie? Ne. Dann geht man halt gar nichts weiter. Hi. Dich hau ich jetzt einfach mal, bist du unfälsch. So. Altbewährte Methode. Äh, ja. Ach, die Türen, sie eintreten. Okay. Ach Gott. Hat er mich gesehen? So hat er mich jetzt gesehen? Aua. Junger Vater, finde ich nicht witzig. So. Sieht aber nicht so gut aus für meine Energieanzeige. Ich renne mal ein bisschen. Mal Licht ausmachen. Hä? Hä? Kommt noch einer? Nee, glaub nicht. Okay, was ist das? Ah, clever. Der Amumang, der weht hier einfach so durch. Alles klar. Oh Gott. Ich geh jede Wette an, dass da gleich einer ausbricht. Schnell weg hier. Oh, das war elegant. Hoch mit ihr. Och, das war knapp, ey. Der könnte uns jetzt ja eigentlich am Umhang nach unten ziehen, aber er tut es nicht. Finde ich brutal sozial von ihm. Und der bemerkt das gar nicht. Aber ich glaub, der muss sich töten, ja. Aber ich glaub, der muss sich töten, ja. Aua. Komm, vorrecke, bitte. So, mach'n Abgang. Danke. Hälfte der Energieanzeige weg. Ist nicht gut. Soll ich jetzt hier mal was anderes nehmen? Ich kann das eigentlich auch mehr benutzen. Aua. Aua. Boah, die ziehen aber ab, ey. Aua. Okay, ich glaub, ich glaub, ich hab mein Meister gefunden. Okay, da muss ich oben rüber. Puh. Das geht ganz schön ab hier. Die sind ja einfach eigentlich, ne? Hab ich das schon betätigt? Ich glaub schon. Aber die hier, die sind echt krass drauf. Oh, die kommt da jetzt keiner von hinten, ey. Ach Gott. Schnell umstellen. Aua. Na, ich glaube, das... Aua. Das wird nichts. Bräuchte dringend Energie, aber wer hat's ja nur irgendwo Energie? Ach, ich kann das auch mit... Das ist ja sehr witzig. Ach Gott, schon wieder einer. Aua. Habt ihr das gesehen? Das geht aber ganz schön ab, ey. Na super. Und jetzt den ganzen Scheiß noch einmal. Okay. Vielleicht ein bisschen vorsichtig diesmal. Kommt keiner. Ach, ja, toll. Jetzt kommt er. Ach. Ne, das war er, glaub ich. Oh nein, er hat mich getroffen, ey. Arsch. Oh, das wird jetzt richtig nicht lustig, wird das jetzt. Schon wieder zwei Treffer, Cassia. Das ist nicht gut. Ich seh voll schwarz. Ach Gott, der ist schon wieder. Hab ich ihn jetzt getroffen, ja. So. Oh Gott. Was erwartet mich? Was erwartet mich? Nichts Gutes. Da oben irgendwie... Oh Gott, ne. Jetzt hab ich zu spät reagiert. Aber die gehen noch, wie gesagt. Die sind eigentlich noch ganz okay. Die anderen, die sind übel. Die gehen echt ab. Ah. Ich will das jetzt aber schaffen eigentlich. Okay, jetzt geht's los. Schnell weg hier. Ne, brauche ich wieder. So. Puh. Leute, das geht ganz schön ab. Aber das war ja eigentlich auch nichts anderes zu erwarten. Und den muss ich wohl töten. Machen wir es schnell und elegant. So. Allmählich hab ich mich auch ein bisschen an die Steuerung gewöhnt. Oh Gott, jetzt geht's los. Komm. Oh, das Mal hab ich dich ein bisschen überrascht, he Kumpel. Oh, ne. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will dich doch nur töten. Lass mich in Ruhe. Ach Gott. Leck mich, Kumpel. Oh, vorrecke, ey. Jetzt macht mir der noch Probleme. Raus hier, ey. Ach Gott, nein. Ja, ja, komm, ey. Darfst mir eigentlich gar keine Probleme machen. Der kommt wieder. Oh, fuck you, ey. Ja, das war's wieder. Kann ich da oben lang? Ich glaube, ich kann da lang. Hey, geil. Jetzt fehlt mir nur noch Energie. Oh Gott. Schnell weg hier. Ohlalalala. Okay, das sollte ich mir merken, glaube ich. Wow, das sah elegant aus. Das sollte ich mir merken. Ja, falls ich jetzt verrecke, spiele ich offscreen so weit hin, schätze ich. Wow. Äh, ja. Denn ich werde wahrscheinlich verrecken. Achso. Ist ja eigentlich schon so sicher wie das Abend in der Chöre, dass ich verrecke. Das sieht mich trotzdem nicht, finde ich ja geil. Oh, ne, der hat eine Knarre. Scheiße. Okay, bis gleich. So, ich habe jetzt nochmal dahin gespielt und jetzt kann es weitergehen. Es sieht zwar immer noch scheiße aus mit meiner Energieanzeige, aber ein bisschen besser, denke ich, als das letzte Mal. Jetzt schauen wir mal. Verstecken ist schon mal gut. Ach Gott, wie das so ein hässliches... Oh Gott, der hat eine MG. Oh, verreckt du, ey. Boah. Das geht ganz schön ab, hier. Uah. Aua, nein. Du blöder Dummbeutel. Jetzt steht er hier so blöd rum und ich stehe auch blöd rum und, äh, ja. Ach, da unten ist wieder so ein Kollege, der uns Ärger machen will. Komm, renn einfach weg, komm. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ob wir das noch schaffen, ja. Ich wage es ja zu bezweifeln. Oh nein. Oh, toll, sind wir gleich auch schon wieder im Arsch, ey. Und wer bist du? Hi. Fear City. Ihr Retter. Und wo ist Crane? Unten im Hydrotherapie-Raum. Er hat den Verstand verloren. Ja, ich auch, ja. Also, bleiben Sie hier und warten Sie auf Hilfe. Ich bin die Hilfe, aber okay. Hier bleiben. Sind Sie verrückt? Toll. Ich frage den Vampir in Strumpfhosen, ob er verrückt ist. Äh, ja. Hau die alt. Ach, Gott sei Dank, Spiel gespeichert. Das bedeutet für mich Pause und für euch das nächste Mal geht's weiter. Bis dann. Ciao.